Europcraft wird Ihnen präsentiert von Minecraft 953. Und man muss sich durch die Wildnis schlagen, nur für sich allein. Doch man hat alles, was man braucht, vom Baumstamm zum Stein. Ja, das ist Minecraft, am Anfang hat man nichts, baut sich ein Haus und platziert etwas Licht. Dann die erste Nacht, wenn die Monster kommen, wartet man ab, bis sie die Spawn. Gegen Zombies, Skelette, Creeper unterspinnen, musst du am besten schleunigst irgendwas erfinden. Doch das ist gar nicht schwer in der Minecraft-Welt, du kannst dir alles bauen, was dir gefällt. Also leg mal besser los, nicht Endless-Creating für dieses Spiel. In der Minecraft-Welt, wo's mir gefällt, bin ich zu gern, um es zu glauben. Sein eigener Heer, ich renn umher und ich bin froh, Minecraft zu haben. Das erste große Haus, Spitzhack aus Diamant, 5 Eisenstacks insgesamt, nach dem ersten Cave. Kriegsgefühl angesagt, die Termine abgesagt, Epic-Mets vorausgesagt. Kennst du das Gefühl von Endloser Freiheit? Hier kannst du es erfahren, chillen nach der Arbeit. Ja, das ist Endloses-Creating für dieses Spiel. Lass uns dieses Beat singen. In der Minecraft-Welt, wo's mir gefällt, bin ich zu gern, um es zu glauben. Sein eigener Heer, ich renn umher und ich bin froh, Minecraft zu haben. Alles klar, das ist Minecraft und das wird auch so bleiben. In der Minecraft-Welt, wo's mir gefällt, bin ich zu gern, um es zu glauben. Sein eigener Heer, ich renn umher und ich bin froh, Minecraft zu haben. In der Minecraft-Welt, wo's mir gefällt, bin ich zu gern, um es zu glauben. Sein eigener Heer, ich renn umher und ich bin froh, Minecraft zu haben. Ich kann dir nicht erzählen, was für ein Gefühl es ist, wenn man das erste Mal seine Füße setzt auf dieses unbekannte Land. Und man hat erkannt, dass man alleine ist und man muss sich durch die Wildnis schlagen, nur für sich allein. Doch man hat alles, was man braucht, vom Bombscham zum Stein. Ja, das ist Minecraft, am Anfang hat man nichts, baut sich ein Haus und platziert etwas Licht. Dann die erste Nacht, wenn die Monster kommen, wartet man ab, bis sie die spawnen. Gegen Zombies, Skelette, Creeper und das Spinnen, musst du am besten schleunigst irgendwas erfinden. Doch das ist gar nicht schwer in der Minecraft-Welt, du kannst dir alles bauen, was dir gefällt. Also leg mal besser los, nicht enden das Creating für dieses Spiel. Lass uns dieses Lied singen. In der Minecraft-Welt, wo's mir gefällt, bin ich zu gern, um es zu glauben.